hey hey und damit willkommen zu einer weiteren folge mario kart 8 auch schon wieder gleich strecken also ich hatte mir jetzt schon so viele strecken die das nicht spielt habe deswegen hätte ich gerne mal kommt zu machen kann auch dritte folge letzte folge lief auch mal wieder gar nicht so schlecht also wir sind jetzt insgesamt glaube ich öfters erster geworden als nicht erster aber ich kann mich auch in irren das war gar nicht so schlecht ich möchte mal dazu zu sagen dass ich die turbo start ohne die zauns richtig zu hören nicht machen sich mal ausprobieren dritte folge jetzt schon wo was da heute für wochentag ist dann heute wieder donnerstag wenn die folge ja nicht nur logischerweise ist heute ist ein dienstag wenn mich nicht irre nee warte heute ist ein samstag alles heute ist ein samstag denn die erste folge haben die zweite folge boah stimmt das heißt ich habe in der ersten folge voll quatsch erzählt von wegen 40 feiern nur dass das ganze donnerstag kommt egal nicht getroffen noch mal um der erbronn die alle nicht umsehen wenn ich mir doch verrückt wie sogar vor den münzen noch da gewesen dass sie müssen dann am samstag und wenn es ja am samstag kommt dann müsste der zehnte jetzt gar nicht gut weiß gar nicht gut der zehnte sein der zehnte nur noch zwei wochen bis weiter ist ja auch wieder ansatz heißt das sind noch genau sechs folgen sechs folgen ab hier ja okay okay dann ist alles gut außer dass ich hier gegen die wand passt vielleicht sollte ich mal die zweite kommt sollte mal ja okay auf dem rand haben wir nicht fahren alles kann ich gar nicht so dumm weil es hat man fährt da dann langsam leider habe ich noch nie geschafft sobald ich die rot hinten dran geengt hatte die nach vorne zu feuern weil ich nicht weiß wie das funktioniert das wollte doch automatisch hinten oder irre ich mich da ich weiß wie das geht ich hoffe ich brauche das gar nicht davor zu feuern ich denke einfach nach hinten feuern und das rennen vorbei ist wenn da ist und sieht fast schon so aus die rot machen vorher zu vorher funktioniert nicht so dass wir einen anderen sammeln sondern ihr wisst euch bescheid was heißt ich kann dann in sechs folgen pro weihnachtsmönch sechs folgen eine halbe stunden alle lösste aber denke ich bestimmt dran wie lange man da auf seine ziel sind müsste sich vorbei sein er fehlt noch der letzte aber musste überhaupt ein ziel das war der letzte der letzte der war mega weit weg okay da bin ich jetzt schon bei 1500 punkten krass not bad dafür dass ich glaube ich bei 1300 gestanden habe so ich werde wieder zu vollstrecke ich trinke mal kurz was übrigens noch mal zur info ich war hier mit dem lenkrad wenn er mit dem lenkrad und irgendwie ist mein arm gerade ein bisschen nur für den fahrer nach oben kein spaß für ein fahrer langweilig aber gar nicht viele eintritt sich auf einer gefolgt werden egal egal also wenn das zunächst vorgebracht haben so wie er sehr leer wird dann suche ich neue lobby aber bisher ging das halt immer bisher haben sich immer wieder aufgefüllt hatte ich das gefühl so ewig nicht gespielt ja war viel zu lange und wieder drinnen über die zwei aufploppt oder ist es schon wieder zu ich hätte bisher doch gar keine richtig viel statt außer ich einfach quer zu fahren bin ganz am anfang weil ich nicht wusste wie man fährt es geht dass man einfach nur nach links und rechts neigt und dann plötzlich doch flüttelt und das zurück man genug weit nein zu wissen aber kann man driften dieses speed aufbauen banane hinten dran abwerfen das war weil ich gewohnt ich weiß nicht ist auch egal Ui trafung ist auf du schöne stelle ich will wieder hinten alle rumtanzen im bild eben den ich darf nicht zur Musik beziehen weil die bei euch was gehört ist beziehungsweise ich muss mich hinter beim schneiden ein bisschen weiter nach hinten legen weil ich sehe jetzt gerade das bild und höre den ton ich sehe gerade das bild was bei euch theoretisch erst in der aufnahme in so einer halben sekunde oder so ankommt und der aber ich höre den ton den ihr hört quasi das problem dadurch ich habe mich aufsichtigen bild kommentieren mein ton was ich sage nach hinten stein aber wenn ich auf ton reagiere logischerweise und deswegen werde ich mein ton hinter dach in auf kann es ja kurz probieren ich spiele jetzt gerade mal auf dem linken bildschirm boah nee das geht gar nicht ich habe mich auch direkt in platz gehört ich habe jetzt gerade mal auf dem linken bildschirm gespielt wo meine aufnahmen läuft also ich habe auf meinem rechten bildschirm habe ich an die uhr geschlossen das heißt hier sehe ich gerade auf dem rechten bildschirm auf dem rechten bildschirm sehe ich wie was ihr gerade seht wenn ich auf dem linken bildschirm zocken würde das wäre unmöglich also das ist zwar nur,5 sekunden verzögert aber so kann man nicht zocken das ist also das ist schon moment jetzt bin ich erst in die banale gefahren in der wiederholung die ich lieg sehe darauf kann man nicht zocken deswegen muss ich halt auf dem rechten bildschirm das haben auf dem rechten bildschirm habe ich die aufnahme die gerade läuft ja nur zwei den worten von 5 ist nicht nicht so profi aber liegt auch daran dass ich möglicherweise halt auf dem linken bildschirm kurz gezockt habe wollte ich nur kurz überprüfen was geht aber es geht nicht überhaupt nicht schon richtig so so äh sonnenflugrafen habe ich Bock drauf sind wir nur zu zweit? nur zu zweit? direktes duel? alles klar ok 1 gegen 1 mein freund 1 gegen 1 ok der ist höherer Rang als ich das wird hart 1 on 1 1 on 1 das wird jetzt hart hab ich aber gar nicht mit gerecht, dass sowas jetzt überhaupt hier oder so hier übrigens die 9 DLCs die habe ich übrigens nicht gekauft das sind die 9 DLCs alter, was ist denn los mit mir? die ähm 2 DLCs die es gibt für die ganzen strecken habe ich nicht gekauft ich hab's dafür mal die Quart einfach viel zu besser in den Spiel und ähm deswegen können die neue strecken natürlich auch nicht rankommen oh ey ich stehe unter Beschutz ganz viele Leute da rausgegangen sind oh 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 schade aber noch zweiter letzter wenig letzte vom ersten auf den letzten vom ersten auf den letzten 0,5 Sekunden stimmst du hast du mir hier so eine rote oder so abgegeben ohne pflanze was schade ein bisschen mit fast geht es überholen indem ich münzen fliege als ging 1 drifte immer darunter die seite da können immer ein stückchen aufwunden da ist auf jeden fall besser als ich an der stelle gerade ich werde ich auch nur eine schöne alte platz war gar nicht so schlecht ganz ehrlich okay alles ginge 1 wir sind ziemlich knapp aneinander finde ich tatsächlich interessant könnte auch sein dass eine telewerk die weg ist aber das spiel jetzt auch gar kein spaß machen richtig wo ich die stelle jetzt besser kriegen so wir sind sehr nah aneinander ein fahrfehler und alles ist vorbei war es knapp das war cool das war cool aber ich glaube ich glaube die folge ist jetzt ein bisschen kurz glaube ich aber falls jetzt okay falls ich noch leute reinkommen wenn ich jetzt hier die folge weil es halt jetzt rato und ich finde ich werde folgen jetzt noch wechseln jetzt keine leute reinkommen dann werde ich behalten ah ja ist okay machen wir nur eine folge eine runde ich merke schon die folgen sind alle nicht exakt 15 minuten lang sondern eher so 16 minuten oder 17 minuten deswegen ist hier ein timer immer ein bisschen anders kommittag hat winne elene ihr der from a to b der ist der ist mein direkter konkurrent der muss überholen mein direkter konkurrent ich weiß gleich ich hab auch gehalten für mann kann die rutsch kommt das jahren also dass ich den sonntag auf die erste folge die ich aufnummern kommt am dienstag und theoretisch noch nicht machen aber ich muss auch noch perfekt wie auch immer dafür habe ich gar dass ich ziemlich lustig wenn ich jetzt ein wort steht reden jetzt mich bescheuert an der moment dafür muss ich ja das mikrofon wieder angeschlossen haben oder das video gamepad mit und aber ich glaube dass ich hoffe dass es zu weit weg so glücklicher panzer paar münzen ein bisschen schneller werden wehe mario kart viele sachen hier oben drühen jetzt strecken sie doch mal sehr interessant und ausgefallen kreativ scheiße ich dachte ich bin ich dachte ich bin zu schnell für die die anderen noch da ja okay der ist ja ich glaube tut er platz ist hier gerade ich kann nicht genau sehen so die wühlen hoch weiß gerade nicht was ich genau kommentieren soll aber ganz viele springen die dinge die mental strecke hatten wir jetzt auch schon mal ich hätte gerne neue strecke wir haben so viele strecken und so viel habe ich noch nicht gespielt es muss doch möglich sein oh wir sind erst zweiten und ich dachte dass wir hätten schon vorbei es muss doch möglich sein dass wir noch mal eine neue strecke spielen denn als erster gibt es gar nicht so viel zu kommentieren wenn man tatsächlich die ganze Zeit vorne wegfährt müssen wir es natürlich auch dass die ganze das ganze irgendwie quasi so wie peak speed oder so keine 6 zu spielen oder so alle mts oder so das wäre natürlich auch cool aber ich wage zu bezweifeln dass viele leute die keine mario kart 8 haben und kannst du dann noch zocken konkret auf der erste fall weil klar kann es halt immer nicht hätte aber richtig cool das so zu zocken so hätte ich mega hoch ui boah ich weiß nicht holy shit ich bin ja wirklich ich könnte die Türensteuer noch bremsen richtig assi tun èah ist das assi alter ohhohoho direkter kontrakt $3 äимся alter das war ziemlich assi Leute wenn es euch gefallen hat lasst euch die Fünste hin da und er000000x3 ình imitation Musik